Guten Tag, liebe Abonnenten! Sternzeichen Widerfrau ist die Frau des Vorhers. Es ist leicht, sie in einer Menschenmenge zu bemerken. Sie hebt sich immer von anderen Menschen ab. Das ist eine strahlende und charismatische Frau und sie hat die einzigartigen Charaktereigenschaften. Und dann werden wir ausführlicher über den Charakter und andere wichtige Merkmale von Widerfrauen erzählen. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Ihre Meinung im Kommentar unter dem Video zu äußern. Widersternzeichendatum 21. März, 20. April Der erste Tag des Widers ist die Frühlings-Tag und Nacht gleiche. Das Element des Widers ist Feuer. Widerfrauen werden vom Mars regiert. Widerfrau Die Widerfraue-Eigenschaften machen sie zu einer einzigartigen und ungewöhnlichen Person. Die Widerfrau hat einen komplexen, aber merkwürdigen Charakter. Sie ist gesellig, freundlich, fröhlich und aufgeweckt, aktiv und mobil. Die guten Widerfraue-Eigenschaften werden durch eine sehr große Liste dargestellt. Die wichtigste gute Charaktereigenschaft einer Frau des Sternzeichens Wider ist ihre Fähigkeit in jedem Geschäft und auf jedem Gebiet die Beste zu sein. Die Widerfrau passt sich leicht an. In jedem Unternehmen kann sie leicht zur Hauptperson werden. Auf jeden Fall wird sie die Beste sein. Wenn bei ihr etwas nicht klappt, dann wird sie auf jeden Fall alles machen, um erfolgreich zu sein. Wie der Widermann lässt auch die Widerfrau die Dinge oft auf halbem Weg stehen. Aber oft kehrt sie auch zu den verlassenen Fällen zurück, um sie zu beenden. Die Frau des Sternzeichens Wider ist durchsetzungsfähig, stur, fleißig, bisbegierig und freundlich. Widerfrau-negative Eigenschaften gibt es auch nicht wenig. Zum Beispiel ist die wichtigste Widerfrau-negative Eigenschaft das Festhalten an Prinzipien. Sie wird ihren Fall bis zum Sieg beweisen, auch wenn sie erkannt hat, dass sie falsch lag. Ein weiterer Nachteil der Widerfrau liegt in ihrer explosiven Natur. Diese Frau ist eine Bombe, die jeden Moment explodieren könnte. Wenn du etwas getan hast, das ihr nicht gefällt, dann repariere es schnell. Eifersucht kann auch sehr große Mängel zurückgeführt werden. Widerfrau-Liebe Nicht jeder Mann kann mit einer Widerfrau in einer Beziehung umgehen. Sie scheint freundlich und sanft zu sein, aber wisse, dass du leicht ein echtes Biest in ihr erwecken kannst. Gestern war sie sanft und liebevoll und heute kann sie eine sehr harte, strenge und unhöfliche Frau werden. Die Wider-Sternzeichen-Frau ist sehr eifersüchtig. Sie wird eifersüchtig auf ihren geliebten Mann für jede Frau sein, die neben ihm ist. Ihr Mann sollte keine Gründe für Eifersucht angeben. Und Widerfrau lieben es, ihre Männer zu kontrollieren. In Beziehungen mit Widerfrauen gibt es immer Material hat. Widerfrau-Treue, das ist ein eigenes und sehr komplexes Thema. Kurz gesagt, die Widerfrau-Sternzeichen ist treu. Aber ihre Treue wird nur bis zu dem Moment bestehen, in dem der Mann einen Grund gibt, die Treue zu vergessen. Wenn eine Wider-Sternzeichen-Frau sieht, dass ihr Mann an einer anderen Frau interessiert ist, wird sie sofort anfangen, an Fremdgehen zu denken. Wie kann man eine Widerfrau erobern und sie in sich verliebt machen? Nicht jeder Mann kann eine Widerfrau in ihn verliebt machen. Es ist notwendig, alle ihre Standards und Anforderungen einzuhalten. Eine Frau des Sternzeichens Wider verliebt sich nur in einen starken, zuverlässigen, vielversprechenden und erfolgreichen Mann. Ihr geliebter Mann sollte eine Stütze und ein Schutz sein. Um sich in eine Widerfrau zu verlieben, muss man sich sehr anstrengen. Sie müssen Blumen schenken, viele Komplimente machen, schmeicheln, Zärtlichkeit und Zuneigung zeigen, aber ein brutaler und harter Mann bleiben. Und vor allem muss eine Widerfrau sehen, dass ein Mann im beruflichen und finanziellen Bereich große Erfolgreichstchanze hat. Kommunikation mit einer Widerfrau Tipps Sagen Sie ihr mehr Komplimente und Schmacheleien. Versuchen Sie keine Gründe für Eifelsucht anzugeben, auch wenn Sie nur Freunde sind. Zeigen Sie gute Charaktereigenschaften, aber verbergen Sie keine Schlechsten. Machen Sie alles, damit Sie sie als Mysterium und einfach als interessante Person sieht. Betrügen Sie oder verraten Sie niemals eine Widerfrau. Aber keine Schlechsten Machen Sie oder verraten Sie noch nicht? Untertitelung des ZDF, 2020